Ich spreche für Solidarität International, eine internationale Solidarität und Hilfsorganisation. Wir sammeln vor allem Geld für verschiedenste Projekte auf der ganzen Welt, wo wir gerechte Kämpfe unterstützen, aber auch zum Beispiel die Überflutungsopfer jetzt in Peru unterstützen und so weiter. Heute haben wir uns entschlossen, dass wir Geld sammeln für die Prozesskostenhilfe für die politischen Gefangenen in Deutschland. Politische Gefangenen in Deutschland wird sich manchmal fragen, gibt es sowas überhaupt? Das ist doch vom Grundgesetz her schon verboten. Da steht doch drin, keiner darf... Leider hat es mehr wert. Wir haben hier viel herzlich begrüßen, auch solidarische Grüße des kundischen Volkes hier in der Mitte. Die Lage in der Verkaufnahme, die jetzt in der Präsentation des Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus. Die Lage in der Präsentation des Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus-Kultus- Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben ein paar Parolen vorbereitet und Lieder vorbereitet, die wir mit euch singen wollen Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut Demos auf der Strasse, streikt sie in der Fabrik Das ist unsere Antwort auf eure Politik Demos auf der Strasse, streikt sie in der Fabrik Das ist unsere Antwort auf eure Politik Demos auf der Strasse, streikt sie in der Fabrik Tausend Arbeitsplätze, tausende Arbeitsplätze vernichtet werden Und unser Herz schlägt für die Stahlarbeiter, kommt um jeden Arbeitsplatz Am Mittwoch sind wir dabei, beim Stahlaktionstag Und stehen hinter euch Hinter diesem vernichteten Schlag steckt natürlich die Krise, steckt das Kapital Das Kapital nicht länger schonen Aktiver Widerstand von Millionen Das Kapital nicht länger schonen Aktiver Widerstand von Millionen Das Kapital nicht länger schonen Das Kapital ja nicht länger schonen Aktiver Widerstand von Millionen Widerstand von Millionen Rühe particularly Ah Bezidig, Bekorar! Bezidig, Bekorar! Bezidig, Bekorar! Bezidig, Bekorar! Bezidig, Bekorar! Bezidig, Bekorar! Bekorar! Be acer-tan-te Tiarela Pasak B Bekorar-tan-te Tiarela Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 ... 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